Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Greeny, geh lieber nicht so weit weg, hörst du? Nein, nein. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Hier finde ich... Da verbrennt man sich die Zunge. Da verbrennt man sich die Zunge. Sieht wie ein Fisch aus. Und schmeckt auch so. Das Moos ist vollgesaugt mit Wasser. Wabbelt und schmeckt irgendwie super eklig. Aber kein bisschen bitter. Vielleicht ist das eine Pechgrube. Sieht ja aus wie flüssige Lakritze. Und schmeckt noch viel schlimmer. Hey, was ist das? Hallo? Ist da jemand? Komm her, setz mich auf. Wieso liegen die hier? Daraus baue ich mir was. Komm her, setz mich auf. Setz mich auf. Ich probiere es trotzdem. Was ist denn das? Ich verhilfe dir. Psst, hört doch mal auf zu quatschen. Hipp! Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Bitterbären über mich. Oh, da ist eine. Hörra, das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Genau das, was wir jetzt brauchen. Wirf Bitterbären über mich. Wirf Bitterbären über mich. Wirf Bitterbären über mich. Wirf Bitterbären über mich.